Hallo, das ist der Hon, der beste Hotel-Tester. Ich zeige dir jetzt eine neue Roomtour von der Marriott Marquis New York City at Times Square. Enjoy it. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Hon, der beste Hotel-Tester. Er ist in einem Marriott Marquis direkt hier am Times Square, nämlich das Marquis New York City. Oh, ja, riesiges Hotel. Enjoy it. Oh, ja, riesiges Hotel-Tester. Hey now, hey now, baby, if you call me, I wouldn't answer my phone. Hey now, hey now, if you wanna see me, you would have to wait so much. Hey now, hey now, baby, if you call me, I wouldn't answer my phone. Hey now, hey now, if you wanna see me, you would have to wait so much. All I need is your call, baby, don't ignore my needs When you want, when you want my love You hugged, you're the one you need I don't want, I don't want heat Then you're sorry now, now Cause you had, cause you had time But you lost it now, now Hey now, hey now Baby, if you call me, I will not answer my phone Hey now, hey now If you wanna see me, you have to wait so much Hey now, hey now Baby, if you call me, I will not answer my phone Hey now, hey now If you wanna see me, you have to wait so much Und das ist der Ende des Videos, ich hoffe, ihr habt es gefallen, dann gib mir ein Like, und das war sie, die Roomtour vom Marriott Marquis, New York City at Times Square, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, abonnieren, liken und wiederkehren, natürlich auch die Glocke aktivieren und die Review nicht verpassen, ganz wichtiges Thema hier bei diesem Hotel, mit diesem gigantischen View, und bis zum nächsten Video, und Tschüss. Sexy Beat 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 Bis zum nächsten Mal.